Ja, was erwartet dich in meinem Kurs Facebook Reichweite aufbauen ohne Werbung? Genau das, was im Titel steht. Ich möchte dir zeigen, wie du organische Reichweite aufbaust, das heißt ohne den Einsatz von Facebook Ads, von Facebook Werbeanzeigen. Und ja, ich möchte dir die besten Tipps geben. Ich möchte Tipps geben, die sehr einfach umzusetzen sind, die schnell wirken, das ist mir sehr, sehr wichtig, und die vor allem sehr, sehr wichtig sind und auch unbekannt. Es geht hier um neue Hacks, ich habe mich konzentriert auf diese Hacks, die du mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kennst. Was es nicht ist, gleichzeitig dieser Kurs, es ist keine Anleitung von A bis Z, was du genau alles machen sollst, sondern es sind wirklich punktuell Dinge, die du eben sofort umsetzen kannst, damit du sofort ins Tun kommst und deinen Erfolg hast. Schön, dass du da bist, lass uns starten und rock it! Bye bye, bis gleich!